Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Angel-Achievement aus Patch 8.2. Dieses finden wir unter Berufe und dann Angeln und das heißt geheime Fische von Mechagon. Und hier müssen wir insgesamt 10 Fische finden und sobald wir diese 10 Fische gefunden haben, müssen wir diese einmal abgeben mittels einer Quest. Und ihr seht schon, ich habe alle 10 Fische mir schon einmal geholt. Und möchte die euch jetzt aber, bevor ich die abgebe, erstmal zeigen, wo ich die bekommen habe. Sobald wir das fertig haben, bekommen wir eine Fischbrille. Und mit dieser Fischbrille können wir dann andere Fische sehen, die für ein weiteres Achievement nötig sind. Das werden wir uns dann aber in einem anderen Video angucken. Die muss ich mir dann quasi erstmal erspielen. So, wo bekommen wir die 10 Fische her? Und zwar seht ihr, ich habe die hier alle schon im Inventar. Drei von diesen 10 Fischen könnt ihr überall in jeglichem Gewässer hier angeln. Das ist einmal hier das erste Starkstromkabeljau, den könnt ihr euch überall in Mechagon angeln. Dann der Solarritzel, den könnt ihr euch auch überall angeln. Und der Bolzenmaul, die drei, da müssen wir uns auch schon nicht drum kümmern, die könnt ihr überall angeln. Heißt, wir gehen jetzt an die bestimmten Spots, wo die anderen Fische quasi einmal angelbar sind. Und so war es bei mir zumindest. Ich habe, während ich die Fische an den speziellen Spots geangelt habe, habe ich die drei einfach zusätzlich bekommen. Heißt, ja, wir fangen jetzt mal an. Ich habe mir so ein Flugitem gekauft. Wenn ihr wissen wollt, wie es das gibt, ja, dann kann ich euch gerne da noch ein anderes Video verlinken von mir. Okay, wir fangen einmal hier unten an. Und zwar den ersten Fisch, den wir uns quasi erspielen können, ist der hier. Das ist die schmackhafte Stahlflosse. Und die könnt ihr euch quasi in diesem Pool hier angeln. Und das ist auf den Koordinaten 46, 37. Dann der zweite Fisch, den wir uns angucken wollen, ist dann der Tümpelhopser. Dieser gibt es einmal hier unten. Und zwar in diesem Tümpel hier. Da könnt ihr euch einfach hier hinten herstellen. Da könnt ihr angeln, ohne dass ihr diese Trox aggroht. Das sind dann quasi die Koordinaten 54, 31. Quasi hier unten. Jetzt machen wir das einmal zu. An diesem Tümpel, quasi erster Tümpel, zweiter Tümpel. Und der dritte ist dann hier in der Höhle drin. Da schauen wir uns das auch gleich noch an. Und zwar ist der dritte dann dieser hier. Und zwar Dunkelgrottenaal. Und den haben wir hier hinten in der Höhle drin. Und zwar habe ich mir da einen Spot rausgesucht. Wenn ihr euch hier hinten hinstellt, hier könnt ihr angeln, dann greifen euch auch keine Mobs an. Das sind dann die Koordinaten 55, 22. Und dort könnt ihr euch, wie gesagt, den Dunkelgrottenaal einmal angeln. Dann würde ich sagen, ich kann hier sogar fliegen in der Höhle drin. Dann schauen wir zum nächsten. Und zwar müssen wir dann einmal ein bisschen weiter rüber. Auf die andere Seite von Mechagon. Und zwar hier zu dieser kleinen Ausbüftung an der Insel. Und dort habe ich dann den nächsten Fisch geangelt. Und zwar war das dann dieser hier. Stinkgründer heißt der. Und da stellt ihr euch einfach, ja, stellt euch einfach hier in etwa hin. Da habe ich jetzt auch nicht viel geaddet, beziehungsweise gar nichts. Und da könnt ihr euch quasi den nächsten Fisch angeln. Das sind dann die Koordinaten 78, 51 quasi hier unten. Dann den nächsten Fisch. Den können wir uns einmal hier hinten angeln. Und zwar etwa hier müssen wir hin. Und zwar ist das der rote hier. Spucken der Klauenfisch. Und den habe ich mir quasi hier in dieser Bucht hier angelt. Und hier ist es ein bisschen blöd, weil überall Mops stehen. Ich kann euch da empfehlen, dass ihr, wenn ihr das Spielzeug habt. Und zwar gibt es ein Spielzeug, das schimpft sich Angelfloß. Das könnt ihr in Pandaria. Gibt es das? Das braucht man Pandaria Angeln 1. Dann könnt ihr euch das holen. Macht ihr so ein Floß an. Das kann ich jetzt während dem Fliegen nicht benutzen. Aber macht ihr so ein Floß an. Dann könnt ihr quasi einen Floß runter angeln. Sonst müsst ihr halt hier gucken und die Mops immer mal wieder weghauen, wenn sie denn kommen. Aber eigentlich ist es nicht das Problem. Da zeige ich jetzt auch noch mal die Korts einmal. Und zwar hier unten etwa auf 80,74. Und dann den allerletzten, den wir haben. Der ist hier hinter. Und zwar da, wo dieser Haken ist, in dieser Einbuchtung hier drin. Das ist bei den Koordinaten 25,77. Also hier unten bei dieser Einbuchtung. Und da droppt dann der letzte Fisch. Und zwar dieser hier. Mechanischer Kugelfisch. Da fliegen wir jetzt nicht mehr hin. Ich denke mal, das habt ihr jetzt gesehen. Also quasi hier. Ich mache die Map nochmal ein bisschen kleiner, dass ihr die komplette seht. Hier bei der Einbuchtung hier drin. Einfach in die Einbuchtung reinstellen. Da angeln. Hat bei mir keine fünf Minuten gedauert, da ist er gekommen. Insgesamt habe ich in etwa zwei Stunden gebraucht, um die ganzen Fische zu angeln. Variiert natürlich, ob man Glück hat oder nicht. Ich habe schon von Leuten gehört, dass die fast vier Stunden gebraucht haben. Heißt, wenn man da ein bisschen mehr Pech hat, dann braucht man einen Ticken länger. So, jetzt gehen wir hier hin und geben diese Fische mal ab. Ich habe da ein Add-on für. Seht ihr das? Das macht das dann. Muss ich nicht alles durchklicken. Und ich kriege für jeden Fisch 25 Ruf. Anscheinend kann man die täglich einmal abgeben. Kann man sich noch ein bisschen extra Ruf holen. Und ihr seht, ich habe einmal das Achievement bekommen. Und jetzt müsste ich auch bei ihr so eine Brille kaufen können. Beziehungsweise, ich habe hier schon diese Brille bekommen. Und ihr seht, jetzt kann ich quasi so geheimnisvolle Fische einmal mittels dieser Brille sehen. Jetzt setzen wir die auch mal ein. Und ja, jetzt geht es quasi ans zweite Achievement für mich. Jetzt kann ich durch die ganze Welt streifen und quasi noch mehr seltene Fische holen. Und zwar sind das eine ganze, ganze Menge. Und da werden wir dann beim nächsten Achievement Guide quasi einhaken. Und uns die dann einmal angucken. Sobald ich ja alle rausgesucht habe. So, bevor jetzt einer motzt, fliege ich doch nochmal hier hinten in diese Einbuchtung rein. Nicht, dass dann einer sagt, ich habe nicht alles gezeigt. Und zwar hier hinten ist diese Einbuchtung drin. Dort habe ich dann einmal den letzten und zehnten Fisch quasi rausgeingelt. Also quasi hier. Hier spawnt auch ein Ra. Da habe ich ein Add-on. Deswegen muss man mal ein bisschen gucken. Vielleicht stellt ihr euch irgendwo so hier an die Seite hin. Dann edit ihr den Rare hin. Ich habe den irgendwie zweimal geeditet und umgeboxt. Habe zwar nichts vom Rare gekriegt, aber naja. Gut, das war es mit dem kleinen Video Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.